Willkommen zu meinem Review-Video über die BANLVS Smartwatch Damen-Telefonfunktion in der neuen Black Gold-Kollektion. Diese Smartwatch bietet zahlreiche Funktionen und ein elegantes Design, das in jeder Situation stilvoll zur Geltung kommt. Die Uhr verfügt über ein Zoll Always-On-Display, das den Bildschirm bei niedrigem Energieverbrauch jederzeit eingeschaltet lässt. Dadurch haben Sie immer alle wichtigen Informationen im Blick. Eine der herausragenden Funktionen dieser Smartwatch ist die Telefonfunktion. Sie verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass Sie Anrufe empfangen und tätigen können, ohne eine SIM-Karte einzulegen. Zusätzlich erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen von sozialen Plattformen wie SMS, WhatsApp, Facebook und Instagram, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen. Die BANLVS Smartwatch bietet auch umfangreiche Fitness-Tracking-Funktionen. Mit mehr als Plus-Sportmodi können Sie Ihre Bedürfnisse für verschiedene Sportarten erfüllen. Ein eingebauter professioneller Sportalgorithmus verfolgt Ihre Fitness in Echtzeit, um den Sport wissenschaftlicher und effizienter zu gestalten. Besonders beeindruckend ist die persönliche Betreuung für Frauen. Die Smartwatch ist mit einem hochpräzisen optischen Sensor ausgestattet, der Herzfrequenz, Blutdruck, SPO-Messung und Schlaf in einem vereint. Damit haben Sie stets Ihren körperlichen Gesundheitszustand im Blick. Zusätzlich bietet die Uhr speziell entwickelte Funktionserinnerungen für den Menstruationszyklus, den Eisprung und die sichere Periode, damit Sie sich rechtzeitig auf besondere Tage vorbereiten können. Die BANLVS Smartwatch ist nicht nur ein Fitness-Tracker, sondern auch eine intelligente Haushälterin. Mit BLE und einer leistungsstarken Lithium-Batterie bietet sie eine extreme Akkulaufzeit. Mit Tagen Stand-by und Tagen regulärer Nutzung ist sie ideal auf Geschäftsreisen oder Urlaube abgestimmt. Zusätzlich bietet sie Funktionen wie Sprachassistent, Passcode-Sperre, Musikwiedergabe, Wetterinformationen, Spiele, Wecker, Timer und vieles mehr. Aber lassen Sie uns nicht nur über die Funktionen sprechen, sondern auch über die Erfahrungen zufriedener Nutzer. Ali sagt, preis-leistungstechnisch ist die Smartwatch verdammt gut. Für einen geringen Preis erhält man viele Funktionen, wie zum Beispiel Pulsmessung, Timer, Anruffunktionen und so weiter. R. H. Eingeschaut fügt hinzu, dieser Fitness-Tracker ist mein allererstes Gerät, das irgendwie in den Bereich Smartwatch oder Fitness-Hamband geht. Entsprechend unerfahren war ich in Hinblick auf die Ersteinrichtung. Diese Scheu hat sich dann jedoch als völlig unbegründet erwiesen, wie sich sehr bald zeigen sollte. Diese positiven Bewertungen spiegeln die Qualität und Leistung der BANLVS Smartwatch wieder. Die Uhr hat eine durchschnittliche Bewertung von, von Sternen basierend auf Bewertungen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die BANLVS Smartwatch Damen-Telefon-Funktion in der neuen Black Gold-Kollektion eine ausgezeichnete Wahl ist. Sie bietet zahlreiche Funktionen, ein elegantes Design und eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Mit dieser Smartwatch können Sie Ihre Fitness verbessern, Ihre Gesundheit im Auge behalten und gleichzeitig stilvoll aussehen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.